Ha ha ha! Was war das? Sehr gut! Ich wollte doch alles so sagen. Da ist ja Andreas, wenn der nach Mainz gefahren ist, muss der in der Stadt wo die eigentlich fleiß sein muss. Ich glaube, das ist so geil, das ist so geil, das ist so geil. Ich weiß nicht, das ist so geil. Aber das ist so geil. Ich habe eine Zeit, da hat es ja Höchstabend. Der ist so gut. Ja, Aber der Andi ist ja überhaupt in Fieb. Ja, Der wäre auch nicht. Was auf hier schon geht. Vielen Dank.